so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die leslie red blink fontaine fontaine aus der revoyers serie ich nehme es mal diese schutzkappe ab die nervt mich ein bisschen so sieht das gute stück aus eine neuheit dieses jahr 2017 wollte ich mir eigentlich nicht kaufen aber dann hat mich der daniel noch angesteckt mit diesem teil richtig fett 85 gramm und die fontaine hat quasi so rote blink sterne im verlauf und das ist echt nervig aber auch geil und genau deswegen habe ich sie und genau deswegen zünden würde jetzt viel spaß der red blink von leslie die neuheit red blink never mind this is really really tricky die wird es schön nerven Aber geil irgendwie, richtig schön hell. Not bad. Also, schon mal. Ooh.